Hallo meine lieben die Gieriter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen K-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal und heute hat das Update es echt in sich. Heute haben die wirklich rausgehauen. Es sind nicht nur die angekündigten neuen Maps reingekommen, sondern auch noch andere neue Sachen und was das Ganze dann benhalten wird, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als allererstes natürlich die neuen Maps, die reingekommen sind. Diese sind hier dann aufgelistet. Als allererstes ist ein neuer Dungeon aufgelistet, Shinjuku Park D-Reaper heißt dieser in dem Fall. Das ist ein Dungeon, den man über das Office dann betreten kann, also über die Office Map. Dort beim NPC, wo man auch in den anderen Dungeon reingehen kann. Dafür muss man nur eine Quest abgeschlossen haben, den Missing of... äh, den Missing Uyuni. Also da wird man eine Main-Quest dafür erstmal abgeschlossen haben. Ich gehe mal davon aus, dass man da einfach dann nur ein bisschen herumgehen muss und reden muss, um das Ganze dann abschließen zu können. Und ja, die Voraussetzungen für diesen Dungeon sind einerseits die Quest muss abgeschlossen sein, die Demon-Level muss 105 oder höher sein, um reingehen zu können. Man braucht ein Shinjuku D-Reaper Admission-Ticket in der Normal-Variante. Das bekommt man dann wieder durch eine Daily-Quest, wie immer. Und was noch zu diesem Dungeon dazu zu erwähnen ist, es ist ein Ein-Mann-Dungeon. Also wie Vicaralamon-Easy oder wie die beiden Vajiramon-Dungeons kann nur eine Person da reingehen. Also man kann nicht in einer Party da reingehen, das muss man hier in dem Fall im Hinterkopf behalten. Der einzige Gegner in diesem Dungeon ist Reaper. Gehen wir mal davon aus, damit ist D-Reaper. Dann gemeint irgendeine D-Reaper-Variante. Und das, was man hier zum Abschluss bekommt, ist eine Matrix-Energy. Diese Matrix-Energy ist dasselbe Item, was droppt, wenn man den aktuellen D-Reaper-Dungeon, also der, der schon bei uns ist, also Station, also Bahnhof, dann macht und erfolgreich abschließt. Und diese kann man hier dann zusätzlich auch noch dann als Solo-Dungeon dann selber farmen. Der Gegner hier in dem Dungeon, also Reaper, ist Level 140. Das also auch noch dazu erwähnt. Das heißt, hier ist dann auf diesen neuen Maps und auch in diesen Dungeons dann endlich jetzt dann Content da, wo diese Level 140 dann dementsprechend auch relevant werden. Dann wurden auch nochmal zwei weitere Areas hinzugefügt. Shinjuku East, D-Reaper und die sogenannte Safe Area. Zu beiden kommt man hin über das Office. Und da muss man dann jeweils dann Quests dafür abgeschlossen haben. Bei der Safe Area wird man automatisch hinbewegt. Zum ersten Mal dann, wenn man die Main Quest aus dem Office dann erledigt hat. Zu diesem Punkt dann, wo das dann relevant wird. Und zur East Area kann man auch dann über das Office mit der neuen Main Quest Line dann weiter. Zu den Gegnern oder Raid-Bossen steht hier jetzt nichts weiter mit dabei. Dann wurde auch noch ein neuer Dungeon hinzugefügt. Ein weiterer neuer Dungeon. D-Reapers Area heißt er in dem Fall. Das ist dann der zweite Dungeon, der reingekommen ist, der ja dann höchstwahrscheinlich die Digimon Tamers Storyline zum Abschluss bringt. Der Dungeon heißt Realm of the D-Reaper. Da braucht man dann die Queste Tamers Gather dafür, um da reingehen zu können. Plus Digimon Level muss wie immer 105 oder höher sein. Da eine D-Reapers Realm Admission Ticket ist das, was man benötigt, um reingehen zu können. Bekommt man auch ebenfalls, wie bei allen Dungeon Tickets, dann durch eine Daily Quest. Und das hier ist dann auch wieder ein 4-Mann-Dungeon. Zwei Gegner sind da mit drin. Also einmal Reaper und Mother D-Reaper. Beide Level 140. Und was man hier zum Abschluss des Dungeons dann bekommt, ist eine Safe Energy. Diese Safe Energy ist ein neues Crafting-Material, was benötigt wird, um weitere Digi-Vice-Stufen zu craften. Und zu denen kommen wir aber auch dann gleich noch. Denn da wurden auch noch weitere Stufen hinzugefügt. Und dann gibt es noch eine letzte Map. Shinjuku Park. Und zwar, wenn man die Unions-Quest in der D-Reaper-Area, also bei dem NPC, abgeschlossen hat. Und dann aus der Safe-Area dann raus, dann kann man zu Shinjuku Park. Und ja, ich denke mal, mit dieser Shinjuku Park-Map ist dann der Abschluss von Digimon Tamers dann gemeint. Weil am Ende der letzten Folge sind die ja alle dann in diesem Park und nehmen Abschied von ihren Partnern. Mal gucken, vielleicht gibt es dann auch einen neuen Titel dann auch zu holen, den man am Ende der Tamers-Quest-Line dann dort abholen kann. Bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt da drauf. Dieser ist hier nämlich nicht aufgelistet. Aber gut, war A New World damals ja auch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und kann aber dann dementsprechend sein, dass man als Voraussetzung, um dann dorthin zu gelangen, dann eben diesen Dungeon einmal besteden haben muss für die Main-Quest-Line. Also das kann er natürlich noch sein. Dann wurden auch noch als weiteres Update neue Digi-Vice-Stufen hinzugefügt. Und zwar zwei Stück für das D-Arc, also das neue Digi-Vice, was wir im Rahmen der Digimon Tamers-Maps reinbekommen haben. Da wurde jetzt noch das Packet D-Arc Complete Type Level 3 hinzugefügt und das D-Arc Limited Edition. Das ist dann der endgültige Abschluss von diesem Digi-Vice dann in dem Fall. Und das, was man dafür benötigt, ist hier dann aufgelistet. Also da braucht man dann weiterhin dieselben Materialien, die man für die bisherigen Stufen braucht. Also auch Matrix Energy zum Beispiel. Und bei jedem braucht man 150 Memory Cards dann für die weiteren Stufen. 2000 D-Reaper-Datas, genauso wie bei der aktuellen Höchststufe mit dem D-Arc Complete Type Level 2. Ebenfalls 200 True-Datas jedes Mal. Und dann die Enrichment-Datas, da werden die Anforderungen nochmal ein bisschen höher. Da braucht man dann 30 und 40 dann jeweils für die Stufen. Und bei der Matrix Energy braucht man für die Stufe hier 40 und für die hier 60. Und hier für die allerletzte Stufe braucht man dann diese 6 Safe Energies. Das heißt, diesen letzten Dungeon muss man insgesamt dann 6 Mal geschafft haben, um dieses letzte Digi-Vice dann craften zu können. Vorher braucht man diese noch nicht. Also das hier in dem Fall dazu erwähnt. Und für mehr Sachen braucht man die dann aktuell zumindest auch noch nicht. Aber ja, die anderen Sachen sind soweit gleich geblieben. Und hier sieht man dann auch noch für das D-Arc Limited Edition, welche Varianten es davon gibt. Leider nicht mit Symbolen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was für Auras die die dann geben werden. Aber es gibt einmal das D-Arc Hazard, was dann das von Takato ist. D-Arc Saint, was dann das von Henry ist, wegen Saint Gargomon. Heißt es ja im japanischen Original bei uns Mega Gargomon. Hazard wegen dem Hazard-Symbol, also dem Gefahren-Symbol auf Gilmon. Dann D-Arc Sakuya, wegen Sakuya-Mon offensichtlicherweise. D-Arc Justice, wegen Justimon. Und dann ist noch das D-Arc Destiny. Da gehe ich mal stark davon aus, dass das D-Arc, also das Digi-Vice von Impmon dann in dem Fall ist. Hier gibt es allerdings, soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht die Möglichkeit, das Ganze dann zu re-rollen. Ich denke mal, das wird entweder noch hinzugefügt oder es steht einfach nicht hier mit aufgelistet dabei. Also da müssen wir noch schauen. Da haben wir, wie gesagt, jetzt nur diese Infos bisher, die hier aufgelistet sind. Hier aber mal davon aus, dass die einem dann auch noch die Möglichkeit geben werden, wenn man eins bekommt, was man vielleicht nicht haben möchte, sondern lieber ein anderes haben möchte, dass man das Ganze dann mit weiteren Materialien dann re-rollen kann. Und es gibt natürlich auch jetzt noch gar keine Möglichkeit, OT-D-Devices hochzukraften, wie es ja bei den True-D-Devices der Fall ist. Wird wahrscheinlich irgendwann auch noch kommen, weil das Ganze ja sonst... ein bisschen schade wäre, wenn man da nicht Geld in den Raum reinwerfen könnte, um da auch noch die anderen zu bekommen. Also das wäre ja für Move-Games ein absolutes Unding, wenn sowas wäre. Aber gut, hier sieht man dann nochmal aufgelistet, wo man diese ganzen Materialien herbekommt. Und da hat sich, soweit ich das jetzt erkennen kann, nur geändert, dass jetzt weitere East-Area-Varianten von diesen Raid-Bossen dazugekommen sind. Also es gibt jetzt weitere Möglichkeiten, an diese Materialien dann zu bekommen. Einmal in der Shinjuku West-Area und in der Shinjuku East-Area, also in den neuen D-Reaper-Varianten. Da sind jetzt weitere Raids dann verfügbar. Das heißt, da macht es dann natürlich auch Sinn, dass man hier dann mehr dann teilweise für die Sachen braucht. Wenn man dafür jetzt dann auch mehr Möglichkeiten hat, an diese Sachen ranzukommen. Und mit neuen Daily-Quests auf diesen neuen Maps wird es sowieso dann möglich sein, schneller auch dann an die Memory-Cards dann ranzukommen. Und dann hier sind noch die Sachen aufgelistet. Also die Matrix-Energy bekommt man jetzt auch noch aus diesem Dungeon Shinjuku Park D-Reaper, aus diesem neuen Ein-Mann-Dungeon. Und Safe-Energy dann eben nur aus diesem neuen D-Reaper-Dungeon. Also diesem Realm of the D-Reaper-Dungeon. Ja, aber das auf jeden Fall zu den neuen Maps. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, bin extrem gespannt darauf, wie dann irgendwann die Digi-Weiß-Auras aussehen werden. Und ja, mal gucken. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Dann wurde auch noch ein Digimon hinzugefügt, worauf einige Leute jetzt schon mehrere Wochen warten mussten. Und zwar Gabumon Bond of Friendship. Das Gegenstück zu Argumon Bond of Courage wurde auch jetzt endlich hinzugefügt. Ist genauso wie Argumon Bond of Courage ein weiteres Triple S Plus Digimon, was ins Spiel reingekommen ist. Mit dem, dass es ein Burst-Mode Digimon ist, genauso wie Argumon Bond of Courage. Evolution Level ist 75. Es ist von den Grundelementen her nicht, wie wir eigentlich vermutet hatten, Datei, sondern Vaccine. Und Element ist in dem Fall Stahl. Das liegt aber in dem Fall daran, weil offiziell Gabumon Bond of Friendship als Free bei den Attributen aufgelistet ist. Das heißt, das Medium, welches das Digimon verwendet, darf selbst in dem Sinne entscheiden, was sie haben wollen. Da frage ich mich allerdings, warum sie sich hier in dem Fall für Vaccine entschieden haben. Weil ein weiteres Datei Digimon wäre auf jeden Fall eine ganz solide weitere Wahl für, beziehungsweise weitere Optionen, zumindest in der Auswahl, was Datei Triple S Plus betreffen würde. Weil aktuell haben wir ja im Prinzip nur Cross 7, wenn sie denn mal für die Leute, die an Cross 7 rangekommen sind, ja, die Shoutmon D-Cross-Promo zur Verfügung stellen würden. Und Examon X, was ja nicht mehr verfügbar ist. Aber ja, hier ein weiteres Vaccine Digimon in dem Fall. Und Vaccinstahl ist zumindest eine ganz interessante Kombi gegen Virus-Licht-Digimon. Da gibt es aber leider nicht allzu viele, vor allem im Endgame, relevante Gegner, die diese Kombination haben würden. Und es hat zwei Family Attributes, Virus Buster und Metal Empire. Das heißt, gerade freitags profitiert dieses Digimon dann am meisten natürlich, weil dort beide Family Attribute Buffs im Shadow Lab Barinth zu finden sind. Dann wurden auch schon die grundlegenden Stats hier revealed. Also HP, Digisol, Defense und AT, wie sie es ja immer machen. HP haben wir 12.880, Digisol 5.400, Defense 378 und AT 4.027. Das klingt jetzt nicht nach allzu viel im Vergleich zu anderen Triple S Plus und ist es in dem Fall auch nicht. Wenn wir das Ganze mal vergleichen mit dem Gegenstück, Argumon Bond of Courage, welches ja, zumindest was den AT-Wert betrifft, von den aktuellen Triple S Plus den niedrigsten Wert hat, da haben wir einen Base-AT-Wert von 4.285, was ja in dem Fall niedriger ist als, äh, höher, sorry, höher ist als der von, ähm, Garbumon Bond of Friendship. Das heißt, wenn man das Ganze dann mal ein bisschen in Perspektive bringt, da habe ich jetzt mal die Stats von Craniumon X rangenommen, jetzt nur primär wegen dem AT-Wert, die restlichen, äh, Werte wie Attack-Speed und so weiter, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, äh, der AT-Wert, hier haben wir 4.095, maximal 5.885, das heißt, da, wenn es denselben Attack-Type haben sollte, also Short-Attacker, hätte das etwas, also ganz minimal weniger, so 5, knapp über 5.800 vielleicht, ähm, also ähnlich zumindest wie Craniumon X dann. aber da es, äh, so einen niedrigen Wert hat, gehe ich davon aus, dass es einen 2.0 Attack-Speed haben wird. Hab den Attack-Speed, wie gesagt, noch nicht sehen können, höchstwahrscheinlich wird es dann auch einen höheren CT-Wert haben, aber da müssen wir mal schauen. HP ebenfalls 12.880, ist ebenfalls unter dem Wert von, ähm, Argumon Bond of Courage, da werden wir dann sicherlich in, also da wird man dann in einem 19.000er HP-Bereich dann sein, so 19.500, hätte ich jetzt spontan mal gesagt. Das kann ich jetzt noch nicht natürlich ausrechnen, weil ich noch nicht weiß, welchen Attack-Type der hat. Und bei den restlichen Sachen, 5.400 bei Digisoul ist zumindest höher, als bei Argumon Bond of Courage und 378. Defense liegt aber da drunter. Also da bin ich mal auf die anderen Werte, wie Hitrate, EV, Attack-Speed und CT gespannt, was sie da dann machen werden. Und zu seinen, ähm, Skills ist zu sagen, er hat vier Skills, einmal die F1 Full Metal Machine Gun, welche 18.333 Damage macht, einmal die F2 Red Luster, ähm, diese, ähm, macht 36.667 Damage auf Skill Level 1. Diese Werte sind wie immer Skill Level 1 und das hier sind natürlich die 100% Größe Level 1er Werte, also jetzt ohne Level 140 mit dabei zu haben oder vorher Level 130, wenn man die 130er Werte herannimmt. und, ähm, ohne jetzt noch Größe wie maximal 140 dabei zu haben, natürlich. Dann, dann haben wir noch die F3 Mune Tense, heißt die in dem Fall 130.312 Damage und genauso wie bei Argumon Bond of Courage haben wir hier eine F4, die gar keinen Damage macht, sondern in dem Fall ein Buff Skill sind. Bei Argumon Bond of Courage haben wir einen Buff Skill, der 10% Skill Damage gibt für 5 Minuten. Hier in dem Fall, ähm, gibt das Critical Damage ebenfalls für 5 Minuten und zwar ebenfalls 10%. Was meiner Meinung nach ein ganz solider Buff auf jeden Fall ist und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auswirken wird, weil 10% Critical Damage ist natürlich trotzdem ein bisschen was, das darf man definitiv nicht außer Acht lassen. Also mal gucken, wie sich das Ganze auswirken wird, aber definitiv soweit meiner Meinung nach sehr solide. Die Werte, die hier aufgezählt werden, sind niedrig, also das muss man natürlich da so sagen im Vergleich zu allen anderen Triple S Plus Digimon und da müssen wir dann mal schauen, wie die restlichen Werte dann aussehen. Da kann man jetzt noch nichts mehr dazu sagen. Wie kommt man an Gabumon Bond of Friendship ran? Natürlich, wie immer, wie soll es auch anders sein, mit dem Data Summon Ticket Legend System. Dort muss man dann das Last Evolution Friendship Item rausziehen. Entweder mit einer Pity von 100 bei der tradebaren Variante und bei der charaktergebundenen Pity am Ende mit 70. Und dann gibt es auch noch den Gabumon Bond of Friendship Ride Mode. Dieser heißt in dem Fall Friendship Seed und kann wie immer ganz normal im Cash Shop erworben werden. Das waren die Updates, die reingekommen sind. Also einiges an neuen Maps und hier in dem Fall an die Montaimers Content und natürlich Gabumon Bond of Friendship. Allerdings immer noch nicht Sakuya-Monshin und Mega-Gargo-Monshin. Da frage ich mich wirklich, was gerade jetzt, wo D-Reaper fertig ist, warum die immer noch nicht raushauen. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema von diesem Video. So, dann kommen wir jetzt dann endlich zum ersten Event. Und das ist in dem Fall das neue Jumping-Tamer-Event. Und in diesem Jumping-Tamer-Event geht es darum, dass man, also zumindest in dem, was hier bisher aufgelistet ist, geht es darum, an Kaiser Greymon und Magna Garurumon ranzukommen. Das heißt, das ist ein Jumping-Tamer-Event für Kaiser Greymon und Magna Garurumon. Beziehungsweise in dem Fall natürlich, wenn man beide hat, auch für Susannomon. Das heißt, in diesem Jumping-Tamer-Event geht es darum, an Susannomon ranzukommen. Und was auch noch dazu zu erwähnen ist, bevor wir weitermachen, ne, da kommen wir gleich noch dazu, das hatte ich vergessen, jetzt vorher zu öffnen, ist, dass in der Vorschau für das Jumping-Tamer-Event ist Susannomon Shin abgebildet. Und so wie das ganze Event aufgebaut ist, also hier gibt es dann auch noch Accessories und sowas zu holen, ähm, und solche Sachen, also hier sind erstmal die ganz typischen Sachen von dem Jumping-Tamer-Event, wo man sehr viele Belohnungen durch die Level-Up-Boxen dann bekommt, ähm, genauso für Digimon-Level-Up-Belohnungen. Und dann gibt es natürlich auch eine neue Questline, um da dann an EXP-Sephyres zum Beispiel dann ranzukommen und alles mögliche, was man dann für Jumping-Sachen dann benötigt. Da gibt es dann auch Daily-Quests, für die man dann bestimmte Sachen erledigen muss, und dann bekommt man sogenannte Guiders-Jewel-Fragments und diese Guiders-Jewel-Fragments werden benötigt, um sich hier dann die verschiedenen Spirits, ähm, die man dann für Kaiser Greymon und für Magna Garurumon dann benötigt, craften zu können. Da braucht man dann jeweils fünf von diesen Guiders-Jewel-Fragments, um sich ein Spirit craften zu können und man braucht dann zum Craften von denen dann jedes, jeden der spezifischen Spirits einmal und dann noch ein weiteres Jewel of the Guide, also ein weiteres von diesen Jewels, um sich das Ganze dann craften zu können. Da gibt es ja auch noch verschiedene andere Belohnungen, die man hier noch bekommen und craften kann. Kann man sich zum Beispiel ein garantiertes Fünfer-Jogris-Digi-Eye craften zum Beispiel mit einer Belohnung aus, ja, hier mit diesem Jogris-Digimon-Selection-Coupon, den man hier bekommt am Ende der Questline und hier auch bei der Questline bekommt man super viele Sachen einfach in den, ja, quasi in den Drachen reingeworfen, wie es ja immer bei den Jumping-Tamer-Events ist und dann gibt es auch natürlich wieder Accessories zu craften, das sind aber in dem Fall eins zu eins dieselben, die es schon bei Fanglongmon-Shin gab, mit denselben Materialien, die man dafür benötigt und da haben die sich dann dementsprechend nichts Neues einfallen lassen, sondern es sind einfach dieselben nochmal, die es hier dann gibt, aber auch hier sind nicht alle Stufen bisher verfügbar, sondern da ist es dann wie in dem Fanglongmon-Shin-Event, dass da noch ein zweiter Teil kommen wird, wo man dann auch diese weiteren fehlenden Stufen dann noch craften kann, das Ganze geht mit Earrings, Necklace, Bracelet, also alles, was man so an grundlegenden Accessories dann benötigt und das alles deutet auf jeden Fall darauf hin, dass ein zweites, also ein zweiter Teil zu diesem Jumping Tamer-Event kommen wird und wenn das so ist, wie bei Fanglongmon bzw. Fanglongmon-Shin, dann ist in Teil 1 erstmal das grundlegende Digimon mit, wie es damals war, Fanglongmon und hier in dem Fall mit Susannomon, Wer weiß, ob dann Susannomon-Shin vielleicht in Teil 2 kommt, also zumindest, wenn man darauf aus ist, an die Möglichkeit, dass man potenziell Susannomon-Shin in Teil 2 bekommen könnte als Jumping Tamer, sollte man auf jeden Fall versuchen, das Ganze hier mitzunehmen, das Jumping Tamer-Event und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann, ja gut, dann ist es dann eben nur Susannomon, aber dann hat man zumindest in Angriff genommen, dass man das potenziell mitnehmen könnte. Und das war es auf jeden Fall grob von dem Jumping Tamer-Event, ich gehe da ja meistens in den Event-Videos nicht im kompletten Detail rein, weil das sonst den Rahmen einfach sprengen würde, wenn ich alles einzeln behandeln würde. Da einfach dann abwarten, bis das Ganze zu uns kommt und dann seht ihr ja, was man da dann alles machen muss dafür. So, dann haben wir noch Event Nr. 4 mit dabei, Our Bond. Das ist dann das Double-Stat-Event für das neue Grabomon Bond of Friendship und da bekommt man dann auch, wenn man das während des Event-Zeitraums, welcher bis zum 19. Juli dann geht, also von diesem Event dann, das dann bekommt durch das Summon-System und das dann ja, rauspackt und damit dann zum NPC geht, kann man sich einen Titel abholen, Bonds of Friendship, dieser gibt einem Steel-Attribute Skill-Damage plus 10% und Digimon Maximum-Hitrate plus 300. Wie immer natürlich gibt es bessere Varianten von diesem Titel im Spiel, auch schon alleine der New World-Titel ist besser als der, aber wie immer natürlich, wenn man das Digimon dann hat, kann man diesen Titel auch dann mitnehmen. Dann gibt es auch nochmal ein Summon-Event, also ein Summon-Card-Event für Agavomon Bond of Friendship, das ist dann Event Nr. 5, Bonds of Friendship, Last Evolution, da gibt es dann den NPC Bond of Friendship, Gabumon im DRT-Center, dort bekommt man dann eine Daily Quest Bond of Friendship, Last Evolution, dann bekommt man einen Token of Friendship, dieses Token of Friendship ist dann in dem Fall die Summon-Card, damit geht man dann in die Terminal Underground Summon-Square, bespört ein Gabumon Bond of Friendship, besiegt das dann und dann geht man wieder zum Gabumon-NPC hin, dann bekommt man einen Token of Bond, dieses Token of Bond ist wie immer eine Box und aus dieser bekommt man random raus, entweder 20 Delicious God Bananas, drei Random Buffboxen minus 50%, fünf Midclass-Data-Boxen, drei Fruit of the Goddess oder vier Backup-Disks. Dann gibt es noch Event Nr. 6, Fighters Test, das ist jetzt das erste von denen, die man benötigt für das EP-Event, da gibt es dann im DRT-Center den Fighter Kumamon, also Chuckmon-NPC im DRT-Center, dort gibt es dann eine Daily Quest Daily Fighters Test, dafür braucht man dann oder beziehungsweise bekommt man, wenn man diese Quest annimmt, ein Examination Hall Admission Ticket, dann geht man in den Event Dungeon mit diesem Ticket, welches sich ebenfalls bei diesem NPC dann befindet, dort muss man dann Stained by Evil, Kelvimon, Evil und Seraphimon, ah, Cherubimon und Black Seraphimon dann besiegen, also dann sind da zwei Bosse drin, einmal Black also das böse Cherubimon und Black Seraphimon, also das Schatten Seraphimon, diese besiegt man dann und ja, gibt dann die Quest ab, dann bekommt man 25 EP und ein Mark of Struggle, beides Materialien für das EP-Crafting System. Dann gibt es noch Event Nr. 7, Trial of the Fighter, da haben wir dann ein NPC, ähm, Piccolomon, nicht, da bin ich mir nicht sicher, welches, ich gehe mal davon aus, warte mal, Piccolomon, was war Piccolomon nochmal? Naja, da gibt es auf jeden Fall einen NPC, der dann im, äh, der Testcenter ist, dort bekommt man dann, wenn man, ähm, zu ihm hingeht, dann die DeliQuest Fighters Trial 1, dafür muss man dann drei Queen of the Sea Kalmaramon besiegen, diese, ähm, erscheinen, nachdem man 15 Lanamon, ähm, also Ranamon, äh, in, äh, File Island Waterfront besiegt hat, und wenn man das Ganze dann abgeschlossen hat, bekommt man 10 EP für das EP Crafting System. Dann ist noch Event Nr. 8 mit dabei, Trial of the Fighter Nr. 2, wenn man diese Trial of the Fighter Nr. 1 Quest abgeschlossen hat, gibt es noch die Trial of the Fighter Nr. 2 Quest, ebenfalls von dem selben NPC, dann muss man ein Evil Apostel Sephirothmon besiegen, in Yokohama Village und Petal Dramon in Silent Forest. Um das Ganze dann abzuschließen, diese spawnen 24 Stunden lang und immer dann 10 Minuten, nachdem sie besiegt wurden, auf allen Channeln, also sind diese BD-Raid-Bosse über die ganzen letzten, was weiß ich wie vielen Events hinweg, sehr gut dann machbar, wenn gerade kein Star sein sollte, dann braucht man in den meisten Fällen nur ein paar Minuten warten, bis das nächste spawnt, und wenn man das Ganze dann erledigt hat und abgeht, bekommt man 25 EP und ein sogenanntes Token of Struggle. Dann ist auch wieder ein neues EP-Exchange-Event gestartet, da hat sich im Groben und Ganzen nur geändert, dass ein neues Seal dazu gekommen ist, Seal of Friendship, davon bekommen wie immer 150 Stück für 60 EPs und dieses neue Token of Struggle oder Glyph of Struggle in dem Fall. Ja, ne, das war, stimmt, das war das andere von weiter oben dann. Und dieses Seal of Friendship, wenn man das dann auf 3000 holt und öffnet, gibt einem Blockrate plus 1,2%. Dann gibt es auch noch ein Loginside-Event, Support of DATS Headquarters, da gibt es dann für 3 Stunden wieder 3 Fruit of the Goddess, 2 Random mit Class Startupboxen und 5 Rechargeable Energies. Sehr gut. Sehr gut, die sollte man wie immer mitnehmen. Und Samstag und Sonntag für 4 Stunden gibt es dann 3 Fruit of Ictrasil, 1 Super Modification Booster plus 1000%, also ein EXP Booster für eine Stunde und Rearmon Random Digi-Event Level 4 bis 5. Ansonsten gibt es keine aufgelisteten Game Modification und Supplement Works. Dann haben wir natürlich noch die Cash-Shop Sachen, die reingekommen sind, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Premium Data Summon Legend, da sind jetzt Last Evolution Friendship mit dabei, also das neue Gabumon Bond of Friendship Evo Item und Inferium Vicious B und D, also die Evolution Items für Darkness Bagramon sind ebenfalls hier mit dabei. Ansonsten Sealed Zero Unit Ring ist auch noch Potenzial mit dabei, den man rausziehen kann und das Evolution Data Extraction Kit. Das scheint jetzt anscheinend ein Standard geworden zu sein, zumindest war es im letzten Event mit dabei auf K-Demo und jetzt im jetzigen. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass das jetzt immer standardmäßig dabei sein wird als 1% Item, was man da potenziell rausziehen kann. Bei beiden Digimon, die hier drin sein können, gilt wie immer 0,5% Chance, das pro Summon rausziehen zu können. Ansonsten spätestens bei je nachdem auf welchen Balken Item am Ende dann trade bar. Bei der 70er Variante bei beiden ist das Ganze dann nicht natürlich trade bar am Ende und 0,0 Unit Ring sind wie immer die Stats hier aufgelistet. Und dann wurde auch noch ein neues Data Summon Ticket reingebracht und zwar Data Summon Ticket Rare wurde hinzugefügt. Da gibt es aktuell nur diesen einen Summon den man hier machen kann und zwar den sogenannten Digi Keyring kann man hier potenziell rausziehen entweder mit einer garantierten Petit von 100 mit einer 1% Chance das vorher zu ziehen oder eben auch dann mit 1% Chance das vorher zu ziehen dieser Digi Keyring ist ein Crafting Item dieses wird verwendet wenn man das rausziehen würde als Spiral Keyring in der Max Variante das heißt mit diesem Digi Keyring kann man sich einen Spiral Keyring in der Max Variante also Family Attribute Variante die nach seiner Wahl dann craften ohne jetzt das ganze mit ja selber Dungeons laufen und Materialien sammeln und sowas dann machen zu müssen also das ist in dem Sinne nur zum Abkürzen da hat für die meisten Leute wahrscheinlich keine große Relevanz die Data Summerticket Rare die man dafür benötigt kosten 25 Crown pro Stück und die restlichen Sachen die hier aufgelistet sind also Reinforce Digicle und Setboxen kann man hier noch zwei potenziell rausziehen Rare Mon 4-5 Digi Eier 2 Stück Option Chain Stones 15 Stück 50 Rechargeable Energies und so weiter und so weiter Dann gibt es auch noch Limited 3 Beginner Packages das sind wie immer solche Beginner Packages also für neue Spieler oder für Leute die Jumping Famer sich dann jetzt dann machen gedacht damit die natürlich dann einen sehr guten Einstieg dann bekommen können auch nur einmal pro Account gekauft werden und sind nicht tradbar das erste Package das Beginner Enhancement Package kostet 79 Crown und da bekommt man dann vier Mega Digiklone Setboxen fünf Reset Capsules und eine Reset Capsule A Dann gibt es auch noch das Beginner Level Package für 59 Crown Da bekommt man dann fünf Digimon Buff Packages in der New Variante 30 Super Rehabilitation Booster plus 1000 Prozent 15 Blessing of Challenge EXP plus 1000 Prozent 10 von diesen Spicy Pepper Items und einen Package Accelerator für 15 Tage plus 300 Prozent Und da gibt es auch noch das Bigger Convenience Package für 99 Crown Dieses beinhaltet 15 Digimon Archive Expansions 20 Inventory und ebenfalls 20 Warehouse Expansions einen Mercenary Slot Expansion 50 High End Megaphone dann 250 JMT Gold Bananas und eine Newbies Yellow Soccer Uniform für 30 Tage ne beziehungsweise warte mal ne das ist die Style Fit Smart School Uniform sorry sorry da hatte ich mich kurz verlesen dann gibt es auch noch Packages in zwei verschiedenen Varianten einmal das Omega Mon Complete Package und das Ganat Mon Complete Package dieses beinhaltet in den beiden Fällen dann die Digi Eier die man dafür benötigt Level 4 bis 5 dann die Mid und Low Class Starters die man dafür benötigt zwei Hedgeback Level 5 in dem Package jetzt und zehn Possibility of Resistance The Last Night äh The Last Paladin welche die ähm Lootboxen sind für Omnimon X wo man das potenziell rausziehen kann mit einer Chance von 0,2% und bei dem Galant Mon Package da hat man nur den Dramat Gild Mon dabei die Dragon Low Mid Class Starters ein Hedgeback Level 5 für 239 Crown und zehn von den Galant Mon X Lootboxen dann ist auch das Dark Night Mon Super Advent Package wieder dabei da wo man an Deadly Arx Mon Level 4 5 Skull Night Mon 4 5 Digi Eier herankommen kann 4 Hedgeback Level 5 sind auch noch mit dabei die Low Mid Class Starters sind auch dabei und ein Reinforcer Digi Clone Package für 249 Crown und für die Leute die noch kein Bagramon haben sollten gibt es auch hier die Möglichkeit da dann jetzt ranzukommen mit dem Bagramon Advent Package für 349 Crown beinhaltet einmal das Evolution Item für das normale Bagramon und Bagramon Digi Level 4 bis 5 weil das und das Evolution Item nicht regulär im Cash Shop sind hier kriegen die es hin alles an Packages reinzubringen die man dafür benötigt also für Darkness Bagramon als Voraussetzung nur bei Shoutmon Cross 7 kriegen sie es nicht hin immerhin gibt es hier noch die Möglichkeit für Leute da ranzukommen dann gibt für 149 mit den 5 Autotomy Program einen Ride Mode und eine Energie Aura für 30 Tage und bei dem Apokalimon Advent Package für 198 Crown gibt es dann alle 4 fertigen Soul Items die man dafür benötigt dann ebenfalls den Ride Mode und eine Energie Aura für 30 Tage und dann sind auch Magnetic ID Karten wieder im Shop endlich endlich haben diesmal wieder geschafft ein paar Magnetic ID Karten rein zu bringen diese sind sogar preislich reduziert mit dabei für 55 20 Crown wahrscheinlich wird das bei uns dann auf 55 Crown dann auslaufen und da sind einmal Wind Wave dabei Dark Shadow Heaven Flower Shower und Fireball also wer Magnetic ID Karten haben möchte ohne sich eine Masters Membership zu holen da kann man sich dann auf jeden Fall eindecken dann sind auch wieder die Skill Memory Cubes mit dabei also die für die Joggers Digimon und Variant Digimon wo man an deren Memory Skills rankommen kann einmal in der Vaccine Variante in der Virus Variante und in der Data Variante da wie immer dann wenn man sich dran versuchen möchte schauen wo was drin ist was man dann haben möchte dann sind auch wieder duplicated Hedgebackups im Sale also die Level 5 für 69 Crown wo man ja wie immer wenn man die scannt entweder 1 2 oder maximal 3 Hedgebackup 5 rausbekommt empfehle ich aber niemanden sich diese zu holen holt euch lieber Decode Karten bei anderen Spielern oder farmt die selber aus dem Crack of Devimon Dungeon und ja aus den Machines Decode Machines kann man viel mehr rausholen dann dann das Gawo Wonder Friendship Ride Mode Item ist wie immer hier verfügbar das kostet in dem Fall bei denen 34 Crown bei uns wird es höchstwahrscheinlich wieder 48 Crown kosten und da das Summon Ticket Rare also die die man nur benötigt im Prinzip wenn man diese Spiral Keering Sachen abkürzen möchte dann hier für 25 Crown und was aber auch noch erwähnt werden muss Demon X ist back das steht in der Notiz nicht drin also das steht weder in den Update Notiz noch in der Promotion Notiz dabei aber Demon X ist wieder im Game man kann wieder an seine Lootboxen rankommen einer entweder in der 1er Variante oder als 10 Stück jeweils für dann 69 Crown oder halt dann 690 Crown also wer noch vorhat Demon X sich zu holen mal schauen und vielleicht kommen die ja dann auch nächste Woche zu uns wäre auf jeden Fall ganz cool und da das jetzt wieder eins von den X Digimon ist die rausgenommen wurden im Herbst letzten Jahres und jetzt dann wieder gekehrt ist wäre zumindest die Hoffnung da dass sie jetzt dann nach und nach auch wieder die anderen dann wieder hinzufügen werden also da auf jeden Fall Ausschau halten und Demon X wie gesagt jetzt als Info der ist wieder da wie immer natürlich 1% Chance das da rauszuziehen also genau 1% Chance das rauszuziehen hier gibt es dann allerdings keine Pity oder sonst irgendwas also keine Garantie wenn man da sich dran versucht dass man raus zieht aber immerhin gibt es wieder die Möglichkeit für die Leute die das Digimon noch haben wollen und es damals vor dem rausnehmen nicht erholen konnten jetzt da ranzukommen und es steht auch anscheinend nicht limited oder sowas dabei das heißt mal gucken mal gucken wie lange ob das jetzt länger als das Event verfügbar ist oder ob das jetzt dann permanent sein wird aber ja Demon X ist wieder back und das wollte ich in dem Fall nochmal extra erwähnen das heißt die Hoffnung ist zumindest da dass die anderen X Digimon auch noch kommen also overall definitiv ein sehr sehr cooles Update generell freue ich mich wirklich auf die neuen Maps die da kommen plus natürlich die neuen Digivice Stufen mit der letzten Stufe natürlich dem D-Arc Limited Edition dann natürlich auch noch primär Gabomon Bond of Friendship die beiden Kizuna Varianten also von Argomon und Gabomon in dem Fall sind nicht persönlich unbedingt meine Favoriten aber da weiß ich auf jeden Fall dass gerade auf Gabomon sehr viele Leute gewartet haben der Effekt da muss ich noch zeigen ob das sehr relevant dann ist oder nicht mit den 10% extra Critical Damage aber ich würde sagen ja vor allem wenn man mit Autotex arbeitet und bei dem Jumping Tamer Event da bleibt noch dann abzuwarten ob wirklich eventuell Susann Mom und Shin in Teil 2 dann kommen wird oder nicht und selbst wenn nicht hat man das zumindest mitgenommen wenn man das Ganze dann machen möchte also ja schreibt mir gerne in die Kommentare was ihr denn von der ganzen Sache haltet beziehungsweise eure Meinung allgemein zu den neuen Updates und den neuen Sachen lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da wenn euch das Video gefallen haben solltet abonnieren nicht vergessen wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder haut rein ciao ciao